Entlastung für Pensionäre bis 300 Euro Energiepreispauschale am 1.12.2022 Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de Wir hatten ja berichtet, dass Rentnerinnen und Rentner, die eine gesetzliche Rente bekommen, in dem dritten Entlastungspaket vom 4.9.2022 mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro bedacht worden sind. Und dies gilt wohl auch nach dem Eckpunktepapier der Regierungskoalition für Beamtinnen und Beamte, die eine Pension erhalten. Im Kern steht da folgendes drin, Rentnerinnen und Rentner erhalten zum 1.12.2022 eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro. Das entspricht einer Entlastung von rund 6 Milliarden Euro brutto. Die Energiepreispauschale wird einmalig ausgezahlt und sie ist einkommenssteuerpflichtig. Je niedriger die Rente, umso wirksamer ist die absolute Entlastung der Rentnerinnen und Rentner. Die Auszahlung für die Energiepreispauschale für die Rentnerinnen und Rentner erfolgt über die deutsche Rentenversicherung am 1.12.2022. Und es soll sichergestellt werden, dass es keine Doppelzahlungen gibt. Und der Bund wird eine entsprechende Einmalzahlung auch für Versorgungsempfängerinnen und Empfänger des Bundes leisten. Das heißt also, in dem Beschlusspapier bezieht sich, oder das Beschlusspapier, was uns vorliegt, bezieht sich erstmal nur, in Anführungsstrichen, auf Pensionäre und Pensionärinnen des Bundes. Aber ich gehe davon aus, dass auch Landesbeamte und Kommunalbeamte, die eine Pension beziehen, hier entsprechend auch die 300 Euro Energiepreispauschale erhalten können. Aber bitte nicht vergessen, die Energiepreispauschale ist einkommenssteuerpflichtig. Das heißt also, je höher die Pension, umso niedriger wird aller Voraussicht nach die Netto-Energiepreispauschale dann in der Tat sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Das heißt also, ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.